Oberkochen ist eine Stadt im Osthalbkreis in Baden-Württemberg. Geografie Oberkochen liegt in und über den Tälern des Schwarzen Kochers und des hier in ihnen mündenden Langertbaches zwischen Allbuch im Westen und Norden und Herzfeld im Osten. Der höchste Punkt der Markung befindet sich auf dem Gipfel des Volkmaßbergs. Wenig südlich der Stadt entspringt der Kocher auf 499,2 Meter ü. NN aus einer kräftigen Karstquelle. Die Stadt besteht wesentlich aus zwei separaten Siedlungssteilen. Aus der Innenstadt mit der die Siedlungsgebiete Spitztal, Lenzhalde und Brunnenhalde verwachsen sind und aus dem ca. 100 Meter höher gelegenen nordöstlichen Stadtteil Heide. Zur Stadt Oberkochen gehören der Ort Heide und der Weilerkreuzmühle sowie die abgegangenen Ortschaften Zwerenberg, Kreuzheim, Echmannsweiler, Tiefentalhäuschen, Schlackenwäsche, Schleifmühle und Ziegelhütte. Geschichte Die älteste nachgewiesene urkundliche Erwähnung stellen zwei Urkunden aus dem Ellwangerlagerbuch vom 17. Januar 1335 dar. Oberkochen gehörte in Württemberg zunächst zum Oberamt Ahn und später zum Landkreis Allen, mit dem es durch die Kreisreform 1973 im Neuen Osthalbkreis aufging. Im Jahr 1968 wurde Oberkochen zur Stadt erhoben. Oberkochen war ab dem 14. Jahrhundert herrschaftlich geteilt. Der größere Teil gehörte zum Kloster Ellwangen, der kleinere zum Kloster Königsbronn. Aus diesem Grund wurde in der Reformationszeit zwischen 1536 und 1553 der Königsbronner Teil des Ortes mit Württemberg evangelisch, während der Ellwanger Teil katholisch blieb. Die Teilung des Ortes führte in der Folge immer wieder zu rechtlichen Problemen und Streitigkeiten, die im Jahr 1749 im sogenannten Alna-Protokoll geklärt wurden einem Vertrag zwischen Ellwangen und Württemberg. Die heutige römisch-katholische St. Peter und Paul Kirche wurde am 25. Oktober 1900 geweiht. Sie ersetzte eine Barockkirche, die zu klein und baufällig geworden war. Die erste evangelische Kirche wurde 1583 fertiggestellt. Im Jahr 1875 trat an ihre Stelle ein Neubau, der heute die Stadtbibliothek beherbergt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche evangelische Christen zuzogen, wurde nämlich auch diese Kirche zu klein. Die evangelische Kirchengemeinde Oberkochen erbaute deshalb die 1968 eingeweihte Versöhnungskirche in der Bürgermeister-Bosch-Straße, obwohl es weder historische Gründe dafür gab, noch der Ort damals die dafür eigentlich erforderliche Einwohnerzahl von 10.000 Einwohnern überschritten hatte, wurde er 1968 zur Stadt erhoben. Voraus ging dem ein starker Bevölkerungszuwachs des Dorfes nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Von etwas mehr als 3.000 auf beinahe 8.000 Einwohner im Jahre 1961, verursacht durch die Zwangsansiedlung des Konzerns Carl Zeiss durch die amerikanische Besatzungsmacht, der damalige Bürgermeister Bosch, wie auch die zuständige Behörde erwarteten ein weiteres Wachstum bis über die notwendige Marke von 10.000 Einwohnern. Deshalb wurde die Erhebung zur Stadt schon davor beantragt und gewährt. Die 10.000 Einwohner wurden jedoch nie erreicht. Nach der Erhebung zur Stadt war die Einwohnerzahl stetig leicht rückläufig und ist inzwischen wieder unter 8.000 Einwohner gefallen. Besonders viele der Neubürger nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren mit ihrer Firma aus Jena hergezogen. Darüber hinaus gab es auch einen starken Zuzug von Arbeitern, denn Carl Zeiss expandierte schnell zu einem der größten Optikkonzerne der Welt. Politik Die Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 führte zu folgendem Ergebnis. Die Blasonierung des Wappens lautet, das Wappen wurde 1968 eingeführt und beruht auf dem des Görich von Kochen von 1404. Er besaß mehrere Grundstücke in Oberkochen. Die Farben wurden willkürlich gewählt, weil keine historischen Farben bekannt waren. Partnerstädte Dives SOMR in Frankreich Partnerschaft seit 1984 Monte Belluna in Italien Partnerschaft seit 1992 Mattes Alka in Ungarn Partnerschaft seit 2008 Wirtschaft und Infrastruktur Oberkochen liegt an der auf langer Strecke kreuzungsfrei ausgebauten Bundesstraße 19, die die natürliche Verkehrsachse des Kocher-Brenns-Durchbruchs-Tails durch die Osteip hindurch zwischen Aalen im Norden und Heidenheim an der Brenns im Süden nutzt. Die nächste Autobahnanschlussstelle Aalen-Oberkochen an der Bundesautobahn 7 erreicht man nördlich und dann östlich über die B19 und die L1084. Nach etwa 11 Kilometer Fahrt bei Ebnat, im genannten Tal, verläuft auch die Brennsbahn. Oberkochen hatte als einzige deutsche Stadt, die keine einzige Verkehrsampel hat, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Ansässige Unternehmen Carl Zeiss ist mit rund 4000 Arbeitsplätzen größter Arbeitgeber der Stadt. Das Unternehmen fertigt in Oberkochen optische Komponenten für inzwischen ausschließlich zivile Zwecke. Der ehemalige Geschäftszweikop Tronix gehört seit 2012 zu Cassidien. Große Spiegel für Teleskope und Satelliten werden ebenfalls hier hergestellt. In einer neuen Fabrikanlage im Süden der Stadt produziert die Carl Zeiss SMT GmbH hochkomplizierte optische Systeme für die Halbleiterherstellung. Seit April 2013 ist hier auch die Carl Zeiss Meditec angesiedelt. Sehenswert ist das Optische Museum in der Carl Zeiss Straße, in welchem optische Geräte von mittelalterlichen Brillen bis zur Weltraumoptik zu sehen sind. Im Sommer 2014 wird das Museum nach erfolgter Renovierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus gibt es mehrere Unternehmen, die Werkzeuge herstellen. So zum Beispiel die Firma Leitz, die insbesondere im Bereich der Holzbearbeitung tätig ist und ihr Tochterunternehmen LMT als Spezialist für Werkzeuge zur Metallbearbeitung. Oberkochen hat mehr Arbeitsplätze als arbeitsfähige Bewohner, ist also eine Einpendlerstadt. In Oberkochen befindet sich die Güterprüfstelle Bundeswehr Ulm. Auf dem Ernst Abel Gymnasium, einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, das auch Zentrumsschule für Molekularbiologie ist, kann das Abitur abgelegt werden. Daneben bestehen mit der Dreißentalschule eine Grund- und Hauptschule, mit der Tiersteinschule eine reine Grundschule und mit der Sonnenbergschule eine Förderschule. Zudem gibt es drei städtische Kindergärten und einen römisch-katholischen Kindergarten, Freizeit- und Sportanlagen Freizeit Bad Aquafet, Karl Zeiss Stadion, drei Sporthallen und eine Turn- und Festhalle, Minigolfanlage, Tennisplätze, Skilift auf dem Volk Maasberg, Kultur- und Sehenswürdigkeiten, Museenoptisches Museum und Ausstellungszentrum von Karl Zeiss, Heimatmuseum im Schillerhaus, Schaumühle, Scherer-Mühle, Naturschutzgebiete Naturschutzgebiet Volk Maasberg mit Aussichtsturm mit einer Höhe von 743 Meter ist der Volk Maasberg, der Hausberg der Stadt, Oberkochen. Inmitten herrlicher Heidelandschaft thront der Volk Maasberg-Turm, ein Aussichtsturm des Schwäbischen Alpvereins, von wo der beste Iger bei guter Sicht die Alpenkette betrachten kann. Rund Wanderwege und am Wochenende bewirtschaftete Vereinsheime säumen den Talkessel, Aussichtsflecken wieder rotzt ein und der Merzenbuckel hoch über der Brunnenebene laden zum Verweilen ein. Karst Quellenweg Oberkochen Königsbronn zwischen den beiden Nachbargemeinden ist ein Wanderweg besonderer Art ausgeschildert worden. Der Karst Quellenweg verbindet über 15 Stationen die wichtigsten Wasseraufbrüche des oberen Brenns- und Kochertails diesseits und jenseits der europäischen Wasserscheide. Drei Ringstrecken sind ausgeschildert. Der Ursprung des schwarzen Kochers Mehrere Quellen, die sich fortlaufend tiefer in den Berghang einschneiden, entspringen südlich der Stadt auf der Allbuchseite des Urbrennstales. Dieser Kocherursprung ist mit einer mittleren Schüttung von 680 L die größte von mehreren Karst Quellen in Oberkochen. Zwischen 1551 und 1634 stand an der Stelle ein Eisenhüttenwerk des Herzogs von Württemberg. Vor der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wurde dort eine Schlackenwäsche betrieben, deren dunkle Schlackenreste im Flussbett den Namen des Kocher Hauptquellans schwarzer Kocher motivierten. Der Schwächerschüttende Ursprung des weißen Kochers liegt in Luftlinie etwa 7 Kilometer nordöstlich bei Unterkochen. Beim Wanderparkplatz nördlich von Oberkochen Grubenschüler des örtlichen Gymnasiums Anfang der 1970er Jahre unter fachlicher Anleitung die Grundmauern eines römischen Gutshofes aus. Seit dem 14. Jahrhundert ist die Siedlung Wilz circa 2,5 Kilometer westlich von Oberkochen belegt. Im 17. Jahrhundert wurde die Siedlung aufgegeben, das Haupthaus jedoch noch bis 1830 genutzt. Die Fundamente sind ab 1989 vom Heimatverein Oberkochen, Schülern und Mitgliedern der IJGD ausgegraben worden. Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul Regelmäßige Veranstaltungen Ein jährlich stattfindendes Stadtfest mit kulturellen Veranstaltungen, einem Palio-Wagenrennen und einem Straßenfest mit internationalen Köstlichkeiten, von der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltetes Heidefest, internationale Jazzlights. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Christian Hornberger Evangelischer Missionar Kaspar Pfautler Deutsch-amerikanischer Braumeister Georg Hengsberger Landrat in Böblingen Willi Waldmannes Zimmerermeister Architekt und Fachbuchautor Georg Brunhuber Politiker MdB Markus Elmer Fußballspieler Marianne Thomanstahl Politikerin Thomas A. Wilges Physiker Hengsberger Bilder Tschau Beloved Helena Hall Hengsberger